Mein Name ist Barbara Schiffler, ich arbeite als Color & Trim Managerin bei Kia Motors of Europe in Frankfurt. Ganz aktuell haben wir jetzt den Kia Stonic auf den Markt gebracht als Firma, der sicherlich ein ganz attraktiver Neuzugang in unserer Modellpalette ist. Das ist super spannend, was wir dort anbieten an interessanten Farb- und Materialkonzepten, die hoffentlich unseren Kunden dann auch gefallen. Das Besondere beim Kia Stonic, gerade an diesen Farbkonzepten, ist, dass man das nicht nur auf dem Außenbereich findet, nämlich ein oranges Dachkonzept mit einem, zum Beispiel den Außenspiegel, die sind ja auch in orange gehalten. Wenn ich die Türe aufbache als Kunde, finde ich nochmal diese Fargequazente auch im Innenraum wieder. Auf der Instrumententafel, auf den Sitzen, sind es feine kleine orangen Nähte, kleine Kunstlederapplikationen, die eine interessante Haptik sind, die einfach nochmal so einen schönen Touch und eine Individualisierung darstellen. Und das ist jetzt aber die, das vom Dach her ist das doch eine, auch eine Standardfarbe. Es wird jetzt im Berg, ja genau, lackiert, dass du, kannst du wählen zwischen Schwarz, Rot und Weiß und Sondereil, die zwei Sonderfarben nochmal so einen Orange Metallic und so einen Grün-Gelden Metallic, so einen Lein, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.